Es gibt keine Aussage, die die Welt mehr zu hören fürchtet als diese. Ich weiß nicht, welch ein Ding ich bin und deshalb erkenne ich nicht, was ich tue, wo ich bin oder wie ich auf die Welt oder auf mich schauen soll. Ein Kurs in Wundern. Und dennoch schauen wir ständig in die Welt und interpretieren sie als etwas Schlechtes, als etwas Gutes, als etwas, wovor man Angst haben muss, wovor man sich fürchten muss, wo man sich Sorgen machen muss. Ah ja, und hier nicht zu vergessen, hier dürfen wir glücklich sein, weil wir ein persönliches Ziel erreicht haben oder ähnliche Dinge. Du weißt nicht, was für ein Ding du bist und deshalb weißt du nicht, wie du auf diese Dinge schauen sollst. Es sind einfach nur Bilder, die wir uns selbst immer wieder lehren. Wir lehren uns unsere eigenen Bilder wieder. Dies ist unangenehm, dies ist angenehm. Und wenn wir diese Bilder in unserem Geist, unsere Projektionen, die Welt ist eine Projektion und keine Tatsache, solange wir an diesen Projektionen festhalten, müssen wir natürlich immer wieder unsere eigenen Ängste und Sorgen erfahren. Wenn ich mir Sorgen mache über, dann sind wir aufgefordert, die Sorgen in unserem Geist zu erlösen und nicht den anderen zu berichtigen oder ihm zu sagen, was er falsch oder was er richtig macht. Wenn ich Angst habe vor irgendetwas, und dies wird nicht zum ersten Mal wiederholt, ist es erforderlich zu erkennen, dass nicht das Ding mir Angst macht, vor dem ich scheinbar Angst habe, sondern die Angst schon immer in mir ist. Und meine Welt zeigt mir nur, was in mir nicht erlöst sind, ist meine eigenen Bilder, die letztendlich völlig bedeutungslos sind, weil morgen habe ich diese Bilder und heute jene. Es sind bedeutungslose Gedanken, die mir eine bedeutungslose Welt zeigen. Ich weiß nicht, was für ein Ding ich bin, und deshalb weiß ich nicht, wie ich auf diese Welt schauen soll, auf diese bedeutungslose Welt, die ich gemacht habe. Gibt dir das nicht zu denken, wenn du dieses hier hörst? Und natürlich wird dir hier etwas gesagt, was mit deinem bisherigen Denken nicht übereinstimmt. Und das muss auch so sein, wenn du es verändern wirst. Falls du eine Umkehrung deines Geistes willst, muss dies so sein. Dies ist doch offensichtlich, oder? Wir können ja nicht immer weiter so denken und erwarten, dass wir etwas Neues erfahren. Unser Denken spiegelt einfach nur unsere unerlösten Geschichten wider. Wir sehen in der Welt das, was wir eigentlich nicht sehen wollen und vor dem wir Angst haben. Deine Bilder, das, was du in der Welt siehst, vor dem hast du in Wahrheit Angst, denn es ist etwas Vergängliches. Es ist etwas Unnatürliches. Es entspricht nicht deiner geistigen Gesundheit. Und dann regen wir uns auf, weil wir eine bedeutungslose Welt sehen. Ah, das habe ich nicht gewusst. Ich dachte bisher immer, ich rege mich auf, weil mein Mann, weil meine Frau, weil meine Kinder und mein Vater und die ganze Welt so komisch ist. Nein, wir regen uns über unsere Bilder auf, die bedeutungslos sind. Das ist die einzigste Aufregung. Und wenn ich die Bilder nicht mehr will, weil ich ihnen sage, dass Gott Liebe ist, dann werden sie verschwinden. Ich brauche den Bildern, die mich in Angst versetzen, einfach nur sagen, Gott ist Liebe. Das genügt. Und die Angst wird verschwinden. Und mit ein bisschen Übung werde ich erfahren, dass dies funktioniert. Oder ich brauche den Bildern nur zu sagen, hey, ich bin in der Liebe Gottes. Und die Bilder werden verschwinden. Vorausgesetzt, ich will sie nicht mehr. Aber solange ich sie noch will, solange werden sie noch auftauchen. Deshalb werde ich oft gefragt, ja Gottfried, wie lange muss man denn vergeben? Reicht dies einmal? Dem Heiligen Geist reicht dies vollkommen. Aber ob es dir reicht, das musst du entscheiden. Die Bilder, die in deiner Welt auftauchen, von kranken Menschen, die müssen so lange auftauchen, wie du sie haben willst. Die Angst vor irgendetwas muss so lange auftauchen, solange du die Angst haben willst. Die chaotische Welt der Politiker muss so lange in deinem Geist auftauchen, wie du sie haben willst. Kapiert? Ja, natürlich für jemanden, der die Welt als wahr betrachtet, sie, die im Außen geschieht, für den sind solche Aussagen völlig unverständlich. Aber die meisten der Zuhörer hier haben schon ein Gefühl dafür, dass dies die Wahrheit ist. Und es dreht sich um das Gefühl, das wir hier zu haben entwickeln müssen. Und wir entwickeln dieses Gefühl, indem wir uns hierin üben. Wie ein Lehrling, der lernt, ah ja, die Schraube wird rechts herum hereingedreht und nicht links herum. Und dann benutze ich einmal die Schraube und drehe sie rechts herum herein, so wie mein Lehrmeister mir es sagt und ich sehe, wow, es funktioniert. Und dann werde ich nur noch die Schraube richtig herum reindrehen und die Erfahrung machen, wie sehr es funktioniert. Wenn ich die Sprache Deutsch gelernt habe, dann fällt es mir leicht, diese Sprache zu sprechen, meist unfallfrei oder zu lesen. Und ich muss mir hierüber keine Gedanken mehr machen. Und wenn ich beginne, das Ego-Denksystem zu adaptieren beziehungsweise anzunehmen, dann werde ich ständig mich um dieses Denksystem herumdrehen. Und wir verlernen dieses Denksystem des Egos, um die Gedanken der Schöpfung wahrzumachen und anzunehmen, sie zu verwirklichen. Und dann ist es nachher wie die Sprache Deutsch. Mir fällt es nicht mehr schwer, anders über die Welt zu denken. Erlösend, vergebend, heilsam über die Welt zu denken. Die Krankheit nicht mehr wahrzumachen. Die Angst vor der Impfung nicht mehr wahrzumachen. Den Konflikt mit der Maske aufzulösen. Den Konflikt mit dem Partner zu beenden. Denn all das ist in mir. Ich kann nur Angst vor etwas haben, weil die Angst in mir ist. Und jetzt dreht es sich nicht darum, hinaus zu rennen in die Welt. Du musst keine Angst haben vor irgendetwas, denn das sind alles Illusionen. Nein, du bist dran. Du bist dran, das zu lernen. Wenn du zu jemandem rennst und sagst, hey, eine Krankheit existiert nicht, du machst dir hier nur Illusionen wahr, dann versetzt du die Menschen meist in Angst. Außer es sind Schüler des universellen Lehrplanes, die gerne daran erinnert werden wollen, ah ja, danke, ich habe es vergessen. Aber ansonsten versetzt du die Menschen nur in Angst. Hey, die rennen doch nicht herum und erzählen den Leuten, die Impfung ist schädlich. Du machst doch nur deine eigene Angst wahr. Renn doch nicht herum und sag den Leuten nicht, die Impfung ist unschädlich, weil sie eine Illusion ist. Du versetzt doch die Menschen dadurch nur in Angst. Sei doch diesbezüglich einfach mal still. Still in deinem Geist. Berichtige doch die Welt nicht mehr, indem du draußen scheinbar herumrennst und deinen angstversetzten Geist immer wieder wahr machst. Lehre doch Güte und Liebe und lehre doch Sanftheit und ein liebevolles Hinschauen auf die Situation. Das ist hilfreich. Und nicht das Wahrmachen der Krankheit oder das Wahrmachen vor irgendeiner Infektion oder sonst etwas. Denn es ist in deinem Geist, es sind deine Bilder und sie wollen erlöst werden. Und immer wenn wir herumrennen und den anderen erklären wollen, was sie zu unterlassen haben oder was sie nicht zu unterlassen haben, das ist doch sicherlich das Ego. Schau mal, meine Tochter kam zu mir und hat mir erzählt, Papa, ich werde mich jetzt impfen lassen. Ich mache diesen, sie muss noch in die Discos und in die Bars und sie will die ganzen Einschränkungen nicht und so weiter. Dann habe ich zu ihr gesagt, wunderbar, wo ist das Problem? Mach das. Ich habe keine weiteren Ängste geschürt. Ich habe keine weiteren Sorgen geschürt. Ich habe nicht gesagt, oh, dies ist dies und dies und dies. Nein. Es ist doch ihre Entscheidung. Es ist doch ihr Seelenplan. Es ist doch ihr Tun und Machen. Warum denn noch einmischen? Wo wollen wir uns denn noch einmischen in unsere Bilder? Und warum? Nur um das Ego wieder wahrzumachen? Nur um den Konflikt wieder wahrzumachen, der ja nichts anderes bedeutet, als den Tod wahrzumachen? Wovor soll ich denn meine Tochter schützen wollen? Es dreht sich doch nur liebevoll, darauf hinzuschauen und in ihr keine weiteren Ängste wahrzumachen. Und somit in mir. Die Welt, die du siehst, sind deine Bilder. Weil du ein Ding bist, von dem du nicht weißt, was du bist. Du hast keine Ahnung, was du bist, solange die Welt der Angst in dir noch wahr ist. Ja gut, doch, man bildet sich ein, ein sterbliches Ding zu sein. auf der Sterbefabrik Erde. Und das ist alles. Mehr wissen wir nicht. Und dann haben wir einen kleinen Zeitraum, hoffentlich hält es lange genug, in der müssen wir so gut wie möglich leben. Und das ist doch eine dürftige Art und Weise, sich selbst und sein Leben zu betrachten. Und wer nur mal kurz innehält, einfach mal nach innen geht, hineinfühlt und sich wirklich mal fragt, hey, was bin ich eigentlich? Ich möchte nicht mehr die alte Meinung aufgreifen, ich bin ein sterblicher Mensch, sondern wirklich mal tief hineingeht, was bin ich eigentlich? Und dann die Antwort sich nicht mehr selbst gibt, sondern sie fühlt. Und dann kann sich eine neue Dimension öffnen und diese Dimension heißt Liebe. Aber wenn ich ständig von mir behaupte, ich wüste, was ich bin, dann öffnet sich die Dimension der Angst. Ganz sicher. Und Angst schürt weitere Angst. Und Angst muss Angst in anderen finden. Und wenn sie sie nicht findet, dann wird noch lange genug erklärt und erzählt, dass hier wieder Angst ganz sicher wirksam ist. Hier müssen wir wieder vorsichtig sein. Hier müssen wir wieder irgendwelche Dinge beachten. Dies muss so sein und so sein, weil meine Angst hier immer wieder wahr wird. Ich meine, wenn ich ein angstvolles Leben führe, ein konfliktreiches Leben führe, dann muss ich doch zu mir schauen und nicht bei anderen. Das ist doch wohl sehr offensichtlich. Was bin ich wirklich? Heiliger Geist, lehre du mich das. Ich will es nicht mehr selber wahrmachen. Zeige mir, was ich bin. Ich möchte es fühlen. Ich möchte es erfahren. Ich möchte es erkennen und in dieser Welt ausdehnen, denn das ist meine Funktion. Und deshalb bin ich hier. Ich möchte nicht mehr meine eigenen Bilder in der Welt sehen und wahrmachen. Ich möchte nicht mehr gegen meine Projektionen kämpfen. Ich kämpfe doch nur gegen das, was ich bin, was ich aus mir gemacht habe. Ein kleines Ding, ein mikroskopisch kleines Ding, mit mikroskopisch kleinen Augen beurteilt die Welt. Jesus lächelt über diese seltsame Idee. Und wenn du mit seinen Klagen zu dir kommst, lächelt er dich an und sagt, hey, schau doch mal hin, was du aus dir gemacht hast. Er kann dich nicht ernst nehmen, deshalb wird er von den meisten nicht geliebt. Er wird angebetet und angehimmelt, aber nicht geliebt. Die meisten haben Angst vor Jesus, weil er ihr Leid nicht ernst nimmt, ihre Angst nicht ernst nimmt und ihre Sorgen nicht ernst nimmt. Er kann nur sanft darüber lächeln, wie du an einen solchen Traum nur glauben kannst und ihn ironischerweise immer wieder wahr machst. Immer wieder, immer wieder, immer wieder, obwohl dir hier durch den Kurs in Wundern ein Plan, einen Kurs an die Hand gegeben wird, der alle Ängste beendet. Und du auf das sanfte Lächeln von Jesus einstimmen kannst und dieses Lächeln befreit. Dieses Lächeln ist so unwiderstehlich, dass du dich nicht mehr von diesem entfernen willst, denn du spürst ganz genau, hier lächelt einer in die Wahrheit, durch die Wahrheit hindurch, in diese Welt. Alle Dinge, von denen ich denke, dass ich sie sehe, spiegeln Ideen wieder. Das ist der Grundgedanke der Erlösung. Das, was ich sehe, spiegelt einen Prozess in meinem Geist, der mit meiner Idee dessen beginnt, was ich will. Was ich will, steht hier. Hier, das, was du in der Welt siehst, spiegelt eine Idee wieder von dem, was du willst. Von da aus macht sich der Geist ein Bild des Dinges, nachdem er verlangt, das er als wertvoll beurteilt und daher zu finden sucht. Diese Bilder werden dann nach außen projiziert, betrachtet als wirklich eingeschätzt und als Eigentum bewacht. Von wahnsinnigen Wünschen kommt eine wahnsinnige Welt. Vom Urteil kommt eine verurteilte Welt und aus vergebenden Gedanken ersteht eine sanfte Welt, erbarmungsvoll dem heiligen Sohn Gottes gegenüber, um ihm ein freundliches Zuhause anzubieten, wo er eine Weile ruhen kann, bevor er weiterreist und seinen Brüdern helfen kann, mit ihm voranzugehen und den Weg zum Himmel und zu Gott zu finden. Deine Bilder werden geschützt, nach außen projiziert, betrachtet und als wirklich eingeschätzt und als Eigentum bewacht. Und natürlich will niemand, dass ihm dieses Eigentum entnommen wird und von wahnsinnigen Wünschen kommt eine wahnsinnige Welt und von angstvollen Wünschen kommt eine angstvolle Welt und von kriegerischen Wünschen kommt eine kriegerische Welt und von Wünschen, eine Umweltkatastrophe zu erfahren, kommt eine Welt, in der Umweltkatastrophen erfahren werden. Du Träumer! Du bist der Träumer dieser Welt, dein Körper inklusive. Auch der Körper ist ein Aspekt in einem Traum. Und möchtest du nicht lieber diesen Traum heilen und für deine BrüderInnen hilfreich an der Seite zu stehen und in einem sanften Lächeln alle Probleme vergebend zu betrachten. Stimme dich auf das Lächeln von Jesus ein. Er sagt dir einfach nur, hey, du hast dich getäuscht, du hast geglaubt, du bist dieses Ding. Er lächelt dir sanft zu und sagt, schau mal hin, wir sind Brüder im Geiste. Und als Bruder im Geiste musst du keine Angst haben. Im Gegenteil. Wer Liebe ist, hat keine Angst. Nur wer Angst ist, hat Angst. Vaterunser, deine Ideen spiegeln die Wahrheit wieder und die meinen, getrennt von den deinen, erfinden nur Träume. Lass mich erblicken, was nur deine widerspiegelt, lass mich erblicken, was nur deine widerspiegelt, denn deine und nur die deinen begründen, die Wahrheit. Ja, lass mich erblicken, was die Ideen Gottes sind. Ich möchte, ich möchte die Herrlichkeit der Schöpfung erfahren. Ich möchte nicht mehr meine Projektionen wahrmachen. Ich sage zu ihnen, Gott ist nur Liebe. Und sobald ich diese Worte ausspreche, wird dort, wo ich bisher in die Dunkelheit und in die Schatten geschaut habe, werde ich Licht wahrnehmen. Alle Ideen der Krankheit werden hierin geheilt, alle Ängste vor irgendetwas wird hierin geheilt und jeder Schmerz und jede Träne wird geheilt. Gott ist nur Liebe. Danke für deine Aufmerksamkeit und dein Zuhören des Lebe-Majestätisch-Podcasts. Abonniere diesen Kanal, damit du keine neue Folge verpasst und hinterlasse eine Bewertung. Ich freue mich, wenn du diesen Inhalt teilst, damit noch mehr Menschen ihren inneren Frieden finden. Du kannst auch gerne meine Webseite besuchen, um weiteres über mich und meine Arbeit zu erfahren. Den Link findest du in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich dir viel Freude bei der nächsten Folge. Dein Gottfried Sumser 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 Dein Gottfried Sumser